hallo hier ist der martin von meine mankees dass die dax analyse für nun montag den 16.09.2024 und ja unser dax scheint hier vogelfrei zu sein nach oben alles offen so wirkt es zumindestens doch kannst du es nicht sollten ein bisschen vorsichtig auch noch ran gehen denn hier kommen noch wichtige stationen vielleicht zunächst was haben wir vom freitag erwartet zum freitag hat man gesagt vom auftreten her wird es ihm schon stehen wenn er wenn er sich hoch stellt aber wegen statistik und freitagen hatte ich gesagt könnte mir auch gut vorstellen dass er irgendwie so bei 670 700 rum sich deutlicher eindreht und dann noch mal von oben so auf die 580 zurückkommt mit der mit der grundidee dass er freitag dann da unten schließt und dann zum montag sich weiter hoch drückt so hat man es sinngemäß gesagt für das positive szenario ja und jetzt hat er es aber freitag komplett so abgearbeitet sind die 670 rein von dort wieder auf die 580 zurück sogar noch ein tacken tiefer glaube ich und dann weiter hoch und rein in die 700 ohne jetzt hier aber schon die knackpunkte anzulaufen die knackpunkte sind da oben jetzt eben einfach die 775 ja also 775 800 das so jetzt der magische bereich der da oben noch auf uns wartet ich würde den schon fast ab 750 losgehen lassen also 750 bis 775 wenn es bärisch werden soll also wenn es negativ werden soll kann es wirklich sein dass er da rein sticht vielleicht sogar zum start eben sich da rein sticht und dann auch umkippt neue tagestief liefert dann würde ich denken dass er nach unten raus ordentlich zurückplätschern kann ja wir sind noch immer hier so ein bisschen im risikobereich wir haben schwache korte und so weiter und so fort es gibt genügend gründe die nach unten bisschen motivieren können was wir auch die letzten tage gesehen haben aber was wir auch zum freitag schon gesagt haben die bewegungsintensität nach unten wird auffällig geringer ja das heißt sollte der zum montag hier wirklich bloß zum c3 start ein bisschen nach oben starten und nach unten raus dann aber wirklich lahmen ja und dann nicht mal unter eine 670 zurückkommen und dann wieder aufdrehen und neue tages hochsetzen dann kann man hier schon fast oberhalb von 800 dann wieder auf die alten hochs anziehen das wäre dann einmal die 880 bis dann eben hier auch in die 1889 hinein wieder ans allzeithoch zurück weg ja also das wären die nächsten stationen wenn er wenn es ihm gelingt jetzt hier über die 800 zu kommen hier wäre wie bloß wichtig dass es eben nicht bloß ein stoß zum c3 start nach oben ist das sieht man ja häufig sondern dass er sich da wirklich mühe gibt und dann auch danach noch nach zehn nach elf einfach neue tages hochs liefert und dann noch ein bisschen weiter arbeitet das würde ich gerne sehen wollen dann gebe ich ihm nach oben raum bleibe aber dabei auch wenn wir gesagt haben freitag tiefer schutz und so weiter es ist noch ein bisschen risiko drin jahreszeit und so im hinterkopf bereite ich mich einfach auch mit davor was passiert wenn er tiefer wenn er tiefer zappelt tiefer zappelt würde jetzt zum beispiel heißen dass er unter die 670 geht ja und und wenn er unter der 670 ist dann wäre eigentlich so die 600 die nächste anlaufstelle und ja wenn er sich dort halt nicht beweisen kann dann steht er auch wieder bei 500 und wenn er dann bei 500 steht dann ist die aufwärtsbewegung wieder gebrauchen und so weiter und so fort dann kann schnell wieder mehr draus werden und auf einmal steht uns wieder beinahe 335 wisst ihr wie das nach unten raus einfach ist einfach hier noch raum und wie gesagt jahrzeit und so weiter und so fort bin ich unten einfach ein bisschen offener ja für solche rücksetzer natürlich zeigt er stärker dreht er sich oben auf darf er das ausnutzen darf er oben seinen raum noch kriegen aber da würde ich eben auch ganz klar dann eben neue tages hochs dann auch sehen ja nach nach so vielleicht einen positiveren xedra start und wenn das gar nicht erst kommt in der sich dann nur nach unten dann habe ich doch überhaupt keine hemmung damit mit 18 600 zu spielen oder auf 18 500 runter ja da würde ich mich hier noch nicht zu sehr festbrennen ja dafür ist einfach die jahre seit august september das sind so statistisch betrachtet nur die schwächsten monate im jahr momentan müssen wir sagen es ist ein witz was wir gesehen haben ja also auch die bewegung hier nach unten spielwerk ring selbst dass im august ja die monatskarte im august ist grün geworden entspricht also nicht der statistik und von daher einfach ein bisschen abfedern noch mal mit einplanen wir haben jetzt auch verfalls woche die sind ja generell ein bisschen stürmiger allerdings auf beiden seiten aber das ist nicht einseitig als argument dass er jetzt runter kommen muss sehen den verfall auf keinen fall vielleicht sogar eher dass er nach oben kommt zum verfall weil viele damit rechnen dass er unten ist aber das ist alles so könnte wenn und aber da gucke ich lieber auf meine zahlen und die geben uns jedoch denke ich eine recht klare guidelines wir haben über wir haben die 775 750 als harten widerstand in kombination auch mit 18800 die noch mal deutlich nach unten abwehren kann ja alles was drüber geht ist dann eigentlich schon wieder kommt thema gegessen kann nach oben richtung allzeit hoch und dreht er sich hier ab oder wie gesagt stürzt gleich zu beginn unter einer 670 hat das wirklich platz bis 600 und dann müsste sich dort erstmal abzappeln dann weiter auf die 500 man kann den ganzen tag erstmal wieder runter kleckern stände dann bei 500 und wenn er dann bei 500 steht im tagesstab wie gesagt sieht das halt auch scheiß aus jetzt sieht es erstmal so aus wie als würde wieder einen trigger rein ja den die seminarteilnehmer damals gezeichnet haben ja stünde ihm aber eben auch zu gerade mit tagesschluss hier eben noch mal jetzt ein bisschen schwung sollen aber so rein also das spricht nichts dagegen das ding auszufahren versteht mich dann nicht falsch versteht mich dann nicht falsch aber ich will eben dann auch sehen dass da am montag was kommt nach 9 30 nach 10 uhr auch nach 11 uhr neue tageshochs nicht am fließband muss nicht sein ja ganz anspruchsvollen muss nicht sein aber er sollte sich schon sichtbar mühe geben ja sonst putzelt er nämlich einfach in dieser ganzen das ist unsere range hier ja sonst putzelt er einfach in der range wieder zurück und die kann im zweifel sogar noch mal bis 18.000 ausgeleiert werden ja wenn er das kopf vollkommen übertreibt jetzt sehe ich ja nicht aber bin trotzdem zum montag ein bisschen vorsichtig auf freunde ich mache hier zu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen am montag und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss